Ja gut, ich würde einfach mal sagen, man hat ganz klar gesehen, beim FZZ ist einfach der Wurm drin im Moment, das ist einfach so. Das sieht man auch im Spiel gegen St. Gallen, da passt vieles nicht zusammen. An was es liegt, das weiss ich auch nicht. Vielleicht muss man wieder einmal den einen oder anderen Tunesier verpflichten, vielleicht muss man auch wieder einmal den Goal wechseln, das ist auch eine Möglichkeit. Zum Beispiel einen Joel Mal vom FC Aarau, ein hervorragender Mann. Aber ich sage einfach, für den FZZ am Wochenende in Aarau, da gibt es einen heissen Tanz, das sage ich. Wenn man da von der ersten Sekunde nicht bereit ist, hier weiter zu machen, zu kämpfen, zu fighten, dann gibt es eine harte Sache, das sage ich.